ich habe keine super ist voll und wieder bläber habe ich drinnen was ist das für ein scheiß so ich werde jetzt hier unten stehen und ich kann mir auch an sagen ich habe es besser so wenig ist gerne vorher zu machen die meisten ja das war jetzt weiter Das war noch nicht mehr. 14 2 3 4 4 5 5 5 5 6 Der ist da hinten, aber der kommt nicht nach vorne. Jetzt. Oben, Luke oder Burry. Ja, ich bin drauf. Zombie. Oga. Jetzt nach rechts. Richtig besser. Doch, wir machen keine Gegner. Ja, ich bin drauf. Ja, wir müssen einfach einer da sein, der ihn so voll. Wer bewegt sich, dass der nicht voll. Ja, ich muss den Dämonen noch benötigen. Ja, ich bitte. Ich hab's Wasser. Ja, ich geh drauf. Mann, ich muss den Kauze. Ja, die haben die Kauze geschlossen. weiter machen oder aufhören ja ich mach mich alleine, geh um nein, nein hier auch noch mal, du, gut, gut nein, nein, nein ja, ich geh schon ich geh schon ich hab's dann da und da muss ich dann drauf gehen oh oh ja 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 Jetzt so, maybe. ja ich denke ich habe es noch nicht mehr Ah, ich bin voll in dämlich. Ah, es geht voll in dämlich. Probier, dass du deine Barbel vollbekommst, weil die Bäume fliehen, ich sag mal. Nein, ich will voll nie. Ich steck dich oben auf der Brücke und da sei auch noch nicht vollkommen. Ich schieße dir doch noch mit zu dir rüber. Boah, da kommen die ganzen Idioten her hier. Alter, sind mich da so getroffen. Sto Ritter kommen, Achtung. Schon mal runter. Weil ich hier unten ansagen muss. Ist kein Problem, ist kein Problem. Ist das gut? Ja, oben ist grau. Ja, Bury ist schon ein sauber. So. Marek. Marek. Bury. Bury. Ja. Bury. 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 Ja man, der letzte Schuss! Ja bei mir auch der letzte Schuss! Bei mir auch der letzte Schuss! Wieso konnte ich mich wieder überleben? Du kannst das, nur der, der mit dem Ding verreckt, kanns nicht! Ich hatte den Ding doch! Ich hatte es doch! Ehrlich? Ja, ich bin der, der irgendwie das hatte! Ach, wurdest du von dem Ding erschossen? Zufällig? Ja, dann, dann, dann nicht nur wenn du brückst, die von dem Timer stirbst! Alter, ich krieg nur den Raketen einfach! Na, schon wieder die Sniper! 318er Sniper weggekriegt! Was? Ich hatte die auch auf 314 oder so, ich hab die beide infundiert, ich will die nicht! Wieso nicht? Die sind nicht gut! Na schwarz, ich spinne, das war doch besser auf 314 als die! Schwarz, ich spinne, das war doch besser auf 314 als die! Ja! 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 Und dadurch ja das Ding, dadurch ja die Dings, dich brauchst wirklich! Wenn du dich hattest, benutzt, brauchst du keinen anderen Sniper! Und die schwarz, wir würden sie in der ganzen Zeit reininfundiert! Weil die Sniper macht lange nicht so viel Schaden, wie eine volle Schwarz, ich finde! Ja, trotzdem ganz nett! Die Giske ja lassen wir aus, ne? Ja! 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 Wir haben hier weiter! Ja! Ja! Ja!